bingo das haben wir oder ja da waren drei panzer ursprünglich weiß nicht wo der dritte hin ist ja dann fliegt noch mal raus ja ich sehe nicht sehen alles klar die position gespeichert ja ich gucke schon als halte ich mal ein bisschen weiter rechts dass ich da um den hügel herum gucken kann ja ich sehe schon ersten konvoi haben wir davon hier aus nein nein noch nicht hier unter uns ist der checkpoint verschiebt ich mal weiter nach rechts drehen wir nach rechts ab sind auch nur drei kilometer ran also viel zeit haben wir nicht zum agieren ja unsere mannschaft zielt auf das was du anvisierst ich versuche mal die panzer ein bisschen zu triggern jetzt alles klar die verteilen sich ok dann drehen wir ein bisschen ab fliegt man eine rechtskurve 360 grad rechts ich habe die koordinate gespeichert von denen sind drei stück vielleicht reicht es für einen angriff nach dem treffer dreh sofort bei ja die haben sich nicht lange verteilt die sind gleich wieder losmarschiert ja jetzt hängen die da wieder hinter den bäumen ja warte mal durfte ich versuche mal ein hofer zu gehen bitte wenn die hier aus dem bäumen rauskommen dann schicke ich eine weg aber warte mal die biegen hier ab scheiße ja jetzt könnte es was werden ich probiere mal mein glück ja das hätte so schön werden können wenn der raus gefahren werden ja das hätte so schön werden können wenn der raus gefahren werden auf drei uhr ist der helikopter explodiert und da sind auch gegner ich sehe sie ich sehe und sperrfeuer war auf zwei uhr und kollege von uns geht jetzt auch ein versuch mal dich weiter nach links zu verschieben also quasi in die richtung weiter ok drehen nach links einer rechts ein sorry nach rechts das gleich schieße ich jag noch einer raus ich sehe den dritten nicht bingo das haben wir oder ja da waren drei panzer ursprünglich weiß nicht wo der dritte hin ist ja dann fliegt noch mal raus ja ich sehe nicht sehen alles klar die position gespeichert das ist ja so geil ok dann drehen wir nach links wieder ein ich sehe nicht Ja, der ist da in dem Grünzeug drin. Oder er ist schon weitergefahren, das kann auch sein. Ja, der ist da nicht mehr, der ist schon weitergefahren, ich weiß nicht wohin. Pass auf, pass auf, genau unter uns. Ja, da steht er genau in den Bäumen drin, die Sau. Ich sehe den da drinnen nicht. Ja, aus der Richtung aus müssten wir angreifen, durft die. Dann fliegt nochmal raus, fliegt nochmal nach rechts. Fliegt schön weit nach rechts. Chmare schön喜欢! Ja, ich sehe das schon mal schon! Ich bin Heiligai Atlangóm shocker. ich sehe den jetzt scheiße der penner der hängt voll in den bäumen drin alles klar da ist er duftig jetzt sehe ich speicherst du ja du kannst eindrehen da ist alles klar bring mich bringt den heli auf kurs dann können wir angreifen denn ging dann noch eine um unsere letzte auch mal mit der kann rein auf die fliege aus und macht kann man nicht die anderen sondern normale raketen du hast 14 schuss hast du ich glaube der hat schon jetzt auch nicht was abgekriegt oder ja das wird aber nicht gereicht haben ich glaube schon wir drehen mal ein ich glaube der brennt schon lichter nur da da Ja, die hat's erwischt, oder? Ich weiß nicht, ich sehe nur grün Zeug. Nee, da steht er noch. Wir werden von hinten beschossen, ne? Ja, ja, ja. Ach doch, du könntest recht haben, Dufti, der sieht kaputt aus. Ja, den hat's gerissen. Ja, ja, alle drei kaputt, sehr gut. Welcher Patient hat jetzt auf uns gefeuert, hier? Das ist eine gute Frage, vielleicht der nächste Konvoi, der schon hier ankommt. Irgendwo hier rechts zwischen den Bäumen raus. Wahrscheinlich an der Nähe der Straße. Ja. Ja. Auf sechs Uhr. Schon wieder hinter uns? Jo. Sind wir so blind, oder was, Dufti? Nein, die sind so gut geplant. Unser Kollege rechts feuert auf was. Paket ist raus, siehst du die? Genau vor uns jetzt auf zwei Uhr. Und ich schaue mal, wo sie einschlägt. Okay, jetzt bei uns auf ein Uhr ist ein Einschlag zu sehen. Genau im weißen Feld. Ich gehe auf zwölf Uhr. Und wir wurden getroffen. Oh shit, Dufti ist tot. Ich habe meine Pedalen nicht liegen. Okay, es geht abwärts. Loader IPM Low, 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 Loader IPM Low. Ja, da hat er noch ein bisschen was getroffen, guckt euch das an hier, na sauber. Rotor, RPM, low. Rotor, RPM. Ja, also, hat doch geklappt, wunderbar, dann gehe ich mal hier zum Nachbriefing.